Jo, moin Leute, jene und herzlich willkommen zu Let's Play Together, der Hedding Online mit dem lieben Glabarin Eisenbart. Hallo meine lieben Hobbits, Menschen, Elmon, Zwerge und Tuno, Splitterfell. Ja, wir machen weiter hier in Anuminas. Oh yeah. In Evendim. Neigen wir uns auch langsam dem Ende zu. Wir sehen noch ein paar Aufgaben und ein paar Taten. Ja, gebunden haben wir uns ja hier. Ja, haben wir. Haben wir Mut. Haben wir, haben wir, haben wir. Also ich zum, ja, haben wir. Am letzten Mal. Genau, wir sind hier in Echad Gathadi stehen geblieben, in einem Lager von Anuminas. Und müssen heute einiges erlegen. Mit Orhal-W, den müssen wir ja rufen. Können wir eigentlich beide rufen oder nur einer von uns, wenn wir in einer Gefährtengruppe sind? Das weiß ich gar nicht, aber die Tussi hat auch noch eine Aufgabe für mich, sehe ich gerade. Habe ich aber auch. Besiegt Agor-Chir. Ne, die habe ich auch nicht gesehen. Agor-Chir. Ja, können wir machen, nehmen wir an, oder? Ja, ist eine Wiederholbar, aber, ah, okay. Ja, so, ich habe ihn mal gerufen. Kannst du jetzt von denen auch Aufgaben annehmen? Tatsächlich. Echt? Ja. Hängt, hängt an den Denkmälern von Angmar Flaggen der Waldläufer auf. Habe ich jetzt auch. Denkmälern von Angmar und ungezügelte Wut besiegt Angmarin, Anuminas und Getheric. Also diese Ultra-Viecher da. Ja, krass. Geil. Warte mal, wenn ich den, genau. Kannst du den trotzdem noch rufen? Oder sollen wir den nur einmal haben? Es reicht auch, wenn wir den einmal haben, oder? Oder hilft der uns? Das ist komisch irgendwie. Der hilft der, der kämpft damit. Ja, siehst du, da reicht ja einer, oder? Ja, das ist doch noch. Ich meine, ich bin Tankjunger, ich bin eine Festung. Aber vielleicht sollte es trotzdem den Dudern rufen, weil, ja, ich weiß nicht, wir gucken mal, ob der mit dem Nahkampf dann geht. Klaverin heißt Fels, ne? Ich bin ein rollender Berg, ein rollender Stein. Geranon entdeckt. Sehr gut. Freue ich mich. Ha! Achso. Ja, ich war gerade irritiert, dass mir ein Ring hinterherläuft, aber das ist der Typ. Das ist der Typ, ja, das ist komisch, das ist ein bisschen irritierend. Okay, der kämpft nämlich nicht mit, also ich glaube, das wäre dann doch besser, wenn du den rufst, dann tue ich den mal entfernen, oder so. Ja, und was ist, wenn der nicht mitkämpft? Vielleicht kämpft er ja einfach nur nicht mit. Doch, der hat Leben, der kämpft mit, der muss mit kämpfen. Ruf du den mal. Okay, äh, wie ist denn die Aufgabe? Äh, HWs Auftrag, und dann kannst du den da rufen, über diese Fackel, hast du auch im Inventar. Ach da. Äh, Fackel. Binutzen. So. Komm mal mit. Warte, Moment, Moment. Ich öffne noch kurz noch mein goldenes Geschenk. Oh, gut, dass du das sagst. Auch noch nicht gemacht. Ruf der Verteidigung. Und fünf. Oh. Rüstung des Matomjägers, ähm. Aktivieren. Ja, warte, bleib noch stehen. Dann, nenn ich noch kurz. Und, dann esse ich noch was. Noch mal den Esen. Mhm. Das ist nice. So, dann können wir mal los. Ja, super, und das ist natürlich jetzt ein Fernkämpfer, ey. Ja, nice. Guck mal noch bei dem da. Und, und, und. Ah, ja, er haut mir drauf. Okay, gut. Gott, dann war das aber auch für mich mit keinem Ring angezeigt, wenn du den dabei hast. Ja, jetzt wird mir auch keiner mehr angezeigt. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Doch, jetzt wird mir einer angezeigt, Leute. Naja, perfekt, er hat auch noch eine Aufgabe für uns jetzt gerade. Hä? Achte, Moment. Oh, jetzt, tatsächlich. Sollen der Stärke, Anzahl der, die sollen geätzte und gelesene Namen. Ach, hier. Sollen. Cool. Eins. Die Aufgabe konnte ich jetzt auch noch nicht so speziell. Nee, ich auch nicht. Ab Stufe 42 machen wir dann den Stein wieder rein, ne? Ja. Wäre ich für. Doch. So. Vorne ist noch eine. Hinter uns ist noch eine. Das ist dann jetzt okay. Guck mal da. Verborgenes Vorratslager. Ach, die brauchen wir ja auch. Wo? Hier, bei mir. Das ist ja gesammelt. Eine Vorräte aus einem versteckten Lager. So sollen die Stärke 11.000 EP. Jo, alles klar. So geil. Für ein paar Säulen, ey. Zwei. Hast du die Säulen fertig? Ja. Gut. Ja, schon abgegeben. Ja, gut. Ja, ich frage nur. Ich frage nur. Dann können wir nämlich jetzt der Kräuter Angmarin plätten. Brauchen wir noch für die Chart. 31, 180 haben wir auch schon wieder. Wenn man willst, war schon ordentlich wieder welche geholt, wa? Ja, oh ja. Hat es denn vorhin gemundet? Oh ja, hat es. War sehr lecker. Das freut mich. Nicht am Tzatziki gespart. Was war das denn jetzt genau? Das war einfach nur ein Frap mit so Zwiebel, Tomaten. Ach, da habe ich gar nicht gesehen, weil der da so in der Wand verschwunden ist. Zwiebel, Tomate, Salat, Gürosfleisch, Feta-Käse, Tzatziki. Und mit einem Frap umwandelt. Umhüllt. Hat er noch. Sehr gut. Wir haben Angst. Ah ja, denen müssen wir später noch helfen, zumindest was früher war. Mal gucken, was noch so kommt hier. Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor hier in der Minas. Ja, noch einiges zu tun. Oh, mein Beutel ist voll. Mein Beutel ist voll? Ja. Meiner geht noch. Immer mal wieder auf den Typen guckt, ob der immer mal wieder eine Aufgabe hat. Ja, tatsächlich. Lol. Versunken eine Uhr nennen. Okay. Ups, die denn erstmal zurückzummen. Ach, ich glaube, dafür müssen wir den Namen einschalten, sonst sehen wir die nicht. Ja. Hey. Oh, mein Gott. Wie brauchen wir denn? Sechs. Sechs. Na? Komm. Die verschwinden aber nicht, ne? Du kannst sie auch mit einsammeln, oder? Ich habe die eine gerade aufgesammelt. Sehr gut. Ja. Ich frage sicherheitshalber, hier ist es ja manchmal so ein bisschen anders gestrickt. Das stimmt. Zack. Ach, hier gibt es ja genug Ohren zum Sackeln, ne? Na? Ja, danke. Ich wollte jetzt noch eine. Da sind noch zwei. Ach, da ist die andere. Da. Da ist noch einer. Da sind nur Huren. Fertig. Dreck mal wieder Namen ausblenden. Wo sitzt der eine. Zack. Kenn ich irgendwo ja. Mein Leben zum Ruhme Angmas. Mein Leben zum Ruhme Roms. Das verstehe ich nicht. Ich weiß ja auch noch von Felsen. Oh, guck mal. Der hat eine neue Aufgabe. Oh, mein Gott. Stürze von den Docks. Rettet gefolterte. Gefangene. Oh ja, ach, guck mal die. Ach, die waren das, ja. Können wir das von hier oben aufmachen? Bestimmt. Ja, sehr gut. Aber ich glaube, die verschwinden, oder? Ja. Oder es zählt ja für dich auch noch mit. Hat er für dich jetzt schon gezählt? Ja, eins von drei. Na, dann zählen die nicht für mich. Gut, weil, dann müssen wir, mach du mal einfach die andere Seite. Mein Gott, du bist ja auch ganz fixiert. Tja, ich stehe auf Schläge. Ja, können wir doch. Ja, ja, Hilfe, Hilfe. Ich weiß nicht so. Will ich selbst fast sonst was reingefallen? So. So, den wollte ich gerade töten. Na gut. Den wollte ich auch gerade töten. Na gut. Brauchst du noch einen? Ja, ich brauche nur noch einen. Ja, das ist dann der hier. Genau. Ich brauche noch zwei, aber wir haben ja da drüben ja noch einen Steg. Richtig. Wir brauchen ja noch ein paar Anmarine. Oh, guck mal hier hinten. Da hinten leuchtet ein Denkmal. Von Angmar. Optimal. Das ist ja gut, dass wir hinten gekommen sind. Ja. Also ich wusste noch mit dem Gefangenen, wusste ich noch mit den Huren, war mir jetzt neu. Moment, lass mich kurz die Aufgabe abgeben. Ja. Nehme ich den mal. Ist eigentlich egal. Das erste Denkmal. Boah, kriegt man direkt Grauen, ne? Wird bereits verwendet. Ach, am Arsch. Kannst du das jetzt nicht machen? So, jetzt kann ich. Ich dachte schon, ich gebe das mal ein bisschen Hoffnung. Mein Gott. So große Flaggern wird es aufklagen. Holy moly. Ja, so vor allem so, so unauffällig. Unauffällig? Ja, so eine unauffällige Flagge mal eben da hochgehangen. Ja, ne? Haben Räuberleiter gemacht. Die kleinen Mannekes. Ich habe mich auf RKW gestellt. Ne, du und dann habe ich die aufgehangen. Oh, wir haben schon alle Angmarinen, merke ich gerade mal. Cool. 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 Du müsstest jetzt vielleicht auch alle haben, ne? Ja, das ist der letzte hier. So, direkt abgeben. Zack. Nicht genügend Platz, war klar. Oh, nee, da wurden wir verkaufen, genau. Gab es aber auch noch einige Verstöcke von den Waldwölfern. Hm. Vorwürdig vergessen. Um schneller, du lahmer Arsch. Hier ist einmal einer. Eben müssen noch eins. So, und dann ist da hinten aber noch eins. Ich habe aber vier von sechs. Vier von sechs haben wir schon, ja. Ah, okay. Ich dachte, du hast jetzt fünf von sechs schon gehabt. So, jetzt, okay. Okay, äh, ich, ich habe vergessen, dass auf Sternchen, äh, mein Micro from Muton ist im CS. Ups. Ich weiß nicht, dass du sagst, hier kommt aber direkt eine Neuaufgabe. Schade. Hm. War ich zu spät. Ich bin schon leider nicht die ganze Zeit offen. Jemand hat dieses Lager bereits geplündet, denn es ist leer. Ach, klar, Varin. Mann. Ich habe aber trotzdem nur vier von sechs. Hat nicht gezählt bei mir, genauso wenig. Achso. Hm. Oh, da hinten ist noch eins. Vielleicht ist da ja mal was drin. Ach, klar, Varin. Weißt du, direkt so alles eingepackt. Fünf von sechs. Sehr gut. Oh, guck mal hier. Fahnen. Ah, neue Aufgabe. Wie echt? Brennt Boden nieder. Oh, Mann. Feuer und Wasser. Sind die Boote überall hier? Äh. Ach, da hinten. Ja, okay. Ach, die Dinger. Die sieht man ja kaum. Bäh. Oh, Riesenstichflamme mal wieder hier. Am Start. Direkt im Wasser. War mir mal. Ja. Wieder witzig mit anzusehen. So. Wir ändern alle. Oh. Ich hoffe, nicht reinfallen. So. Zack. Sehr gut. Bananas. ja für nur noch eine kiste bekommen wir gibt es ja noch einige bereiche aber wir können ja markstein für die fähigkeit verwenden müssen wir sich mal kommt zwei angeschwommen 46 hobbit und 78 ich überlege gerade wir müssen jetzt wohin nach ich habe gerade hier gab mal ob ich hier was abgeben kann zur wochen helle baden habe ich davon welche warum stehen die jetzt bei mir hallo und tschüss mit mir sitzt der schwertscheiden habe ich nicht ständig war die ins ab sie haben jemanden zum verkaufen die leute einmal mal z danke schön stein rein und trommel lernen kann ich jetzt mir holen die fähigkeit direkt mal machen und kann ich dir direkt beibringen wenn du willst okay kurz stehen bitte sehr danke habe ich noch ein paar gebaden ich habe nicht mehr genug aber wem muss ich dir abgeben ja jetzt ich das aussehen entleutenden sollten wir verkaufen können eigentlich ja ich habe schon gerade eben ein bisschen was verkauft mache ich auch mal kurz den platz mal weg damit ich auch nicht mehr ich habe meine fähigkeit bekommen sich gerade mal ich will gerade mal durchlesen weil die behalten wir noch das war immer noch so fähigkeit neuer fähigkeit hammerhand erzählung wenn dieses liegt aktiv ist wird sich schaden auf eure kraft auswirken statt auf eure moral der name weist auf die sage hin nach der alle die dieses liegt gehört haben sogar ein schlag von hammerhand selbst überleben werdet ihr betäubt oder zu boden schlagen wird das lied unterbrochen gewährt eine schützende sphäre die vorübergehend 735 moral gewährt statt abgewandt nach ablauf statt fünf prozent maximalwert kraft wieder ja ja cool ja ganz nice meine fähigkeit die ob man den ganzen wieder da interessiert mich gerade recht wenig ich habe nichts neues gekriegt aber ich verkauf mal im fix sagt 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 ist es ein denkmal ich habe mal sehr noch einmal kommen weiter moment sofort muss man kurz nicht okay hier in dem bereich hatte schon wieder neue aufgabe für uns der Der kann auch nix alleine, der Typ, ja. So, so. Alter, wie viel Stuff ich hier drin haben bei der SG war gar nicht klar. So was Unnormales das ist. Alter, ernsthaft. Was denn? Wer hämmert denn jetzt hier so rum? So. Jetzt kommen wir weiter. Direkt die neue Aufgabe annehmen. Die Verteidigungsstärken sammelt Bruchsteine. Ach da, hier vorne. Ja dann. Dann wird die doch mal sammeln. Ja. Schutt. Huch. Ist der Stein weg? Da ist nur ein Dünner da, nein. Unten drunter, arme Kerl. Ich denke immer gleich reitet ein Spiel an uns vorbei. Nimm sie alle mit, die fetten Steine, hier bitte sehr. Genau. Schlepp dich ein bisschen tot. So. Und hier gibt's wohl auch noch ein Lager oder so. Ich weiß es auch nicht. Nächster wieder. Wollen wir gleich schauen hier. Gehen wir erstmal weiter. Ach ne, wir mussten ja ein bisschen erst zurück. Wir gehen in die falsche Richtung. Gerade. Aber warum ist das denn so kalt hier? Ist doch kacke. Ich hab die Heizung hier voll auf drei volle Pulle. Und hier drin ist es kalt. Ist es kalt? Hm. Oh, guck mal da vorne was da läuft. Hast du das gesehen? Da. Die brauchen wir. Zehn Stück. Oh, wir hatten eine neue Aufgabe. Nix gerade mal, ja. Und was ist im Norden? Neue Tat. Verbrennt Banner der Eisernen Krone. Weckstück. Wie viel brauchen wir denn von den Viechern? 40 für die erste. Das sind 120 insgesamt. Oh, wow. Und was hat der Troll aktiviert? Oder hast du das auf den gewirkt? Ich. Das hab ich aktiviert. Ha. Na gut. Nichts anderes hab ich erwartet. Ein bisschen flach. Ach du? Oh, nein, ich herr. Ich hab nicht mehr zu sein. Ok, irgendwas hat das, ich jetzt zu sehen. Oh, wann wir mögen. oder halt auch da muss ich ja nicht ein dieser faule war rechts lang oder so oft in dem moment ja warte den unterbrechen ins gesicht jetzt wollte ich den unterbrechen gerade ja ich habe nicht gesehen dass der andere schon umgefallen ist oder netten welche werden gleich aufwachen ja jetzt hätte ich es gewusst ach sterb ok da oben ist noch so ein monster da brauchen wir die haben eine große reichweite mich nicht gerade mal ordentlich genau Barukazat. Zack. ist noch mal ein banner da oben ist genau da ist der warte ich schieß mal an oder hatte hoffnung haben wir zu aktiviert aber wir haben mich ja ich muss noch mal weiter dass man für uns machen wir uns das für offene dinge klassen und treibt letztens für den rate habe ich welche hergestellt ja die sind auch echt nicht mehr plus sechs hoffnungen und resistenz wert erhöhen das ist das wusste ich auch noch nicht so kollega wird auch zu start das passt ja ist auch eine ganz schöne reichweite auf wieder so ein unauffälliges gehen wir auf der anderen seite wieder runter haben wir sagen die reichweite von einem grauen ist aber ziemlich hoch habe ich das gefühl das schon enorm jetzt den hohepriester erst nehmen oder mal die zwei richter auch eigentlich ja habe ich gerade aus dem augenwinkel noch so gesehen hä? was war das denn? wie geil was soll denn das? er läuft sozusagen habe ich aus dem augenwinkel auch noch gesehen hä? und schwupp springt er runter cool oh au die schweine die schweine eigentlich aber ok diese schweinehunde zack wie fahren brauchen wir denn eigentlich noch zwei zwei und da stehen sie auch rein zufällig eins so und zwei sehr so so ach widerstanden bitch haha zeichnen wir leider jemanden mitnehmen jetzt kommen wir da nicht dran vorbei so so warten wir noch auf die zwei oder? ja so so bin ich nett ja so bin ich nett so dann brauchen wir nur noch drei so ach guck mal hier ich hoffe die letzte nope ist leer ach man what to know oh die sollen hier mal kämpfen mal lumilas versucht anzugreifen äh die bösen angmarin meine ich nicht anhungen lassen oh jetzt regnet es draußen bei euch? ja bei uns ist noch ich bin im kampf warum bin ich im kampf ich komme nicht mehr raus weil der da hinten mitkämpft äh klappspaten ne jetzt bin ich im kampf das stimmt das stimmt das kampf gut jetzt neu rufen hat den auch los also äh da ist er wieder sehr gut hier ist ein Mendelband hier sind die die Angmarin komischerweise wieder normal ah der hat wieder eine Aufgabe für uns ja entfernt die Leichen aus den Käfigen Rache für die geschändeten ah das hier direkt ok wäre dann wohl machbar Machen wir also Platz für die nächsten wahrscheinlich das ist ja nix anderes eigentlich ja davon steht ne Truhe sehr gut das kam am Stampfen jawoll aber die ist leer ich hebe sie trotzdem mal auf neben steht noch eine aber auch hier wahrscheinlich leer kann sein unterbrochen ja deshalb große verzweiflung der ist nicht leer hier heute kann ich jetzt weg bringen nice hier ist noch so ein gulden knall brauchen wir auch aus dem Mordor brauchen wir auch für die Tat ja dann wollen wir mal sind hier noch Käfige hier ah ja da hinten sind die letzte Seite ouch der Typ ist so dumm ey der zieht immer alle an komm her du Spaten auf denselben Bogen wie ich und nicht einfach nur geradeaus das kann ja auch so so ich füchte mich ich füchte mich kann grad nix machen musst du alleine bekämpfen gerade kein Problem fürchte dich ruhig so ich brenne cool erstmal denkt mal was an mal zack ich höre ein jetzt fehlt noch ein Käfig hier hinter dir ne den hab ich schon ne den hab ich schon ach ja hier naja hab ich nicht gesehen durch diese blöde Fahne so sehr gut wieder ne Aufgabe? ne ok ich dachte schon ne noch nicht ne kommt noch genau gut dann würde ich vorschlagen bevor wir jetzt weiter gehen machen wir hier an dieser Stelle einen Cut alles klar wir hoffen euer dieser Part gefallen in Amun Luminas wenn ja dann lasst es uns wissen piet mir wir bestimmt von mir hau da rein tschau Leute euer Genloch von mir auch machts gut euer Steinchen tschüss